Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Shift Happens mit dem kranken Möhrchen. Ja, nicht mehr ganz so krank zum Glück. Was ist denn das? Was ist das denn hier? Okay, wie heißt denn das Level? Habe ich ganz vergessen. So heiß wie ein Vulkan. Da gibt es auch ein Lied dazu. Komme ich hier runter? Ah, ja, das könnte sein, dass der hier in die... Schiebt du mal, ich kann ja nicht. Wohin denn hier? Ach so, ja. Ah ja, genau, siehst du? Ah, ich ahne es. Ja, aber wenn wir das zerbrechen... Ach so, wir fallen ja dann da nicht runter, okay. Nee, warte dann. Na, gib mir die kleine, so. Oh, jetzt habe ich aber ganz kurz mal echt erschrocken, ne? Ja, ich mich auch. Okay, und jetzt können wir das Ding hier schieben? Ah, wlupp. Ach, da war... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, ich versuche mal, das Ding zu holen. Oh, verdammt. Das ist mies. Warte, dann mache ich das nochmal. Okay. Warte, schön Zeit lassen. Oh, nein. Sorry, okay. Ja, ich muss, ähm... Warte mal, ich lasse das so und... Okay, ich mache das, äh, jetzt. Oh, verdammt. Nein! Shit, aber okay, so geht's. Ja, ja, es war fast. Okay, und eins, zwei, drei. Shit. Okay, da muss ich ein ganz bisschen früher. Oh. Ja, das war jetzt Harakiri aus Verzweiflung. Okay. Oh. Ja. Puh. Du musst ein bisschen näher kommen, glaube ich. Ach so, ja, warte. Ach so, ich brauche gar kein X mehr drücken, ich Dussel. Ähm, ich glaube, ich muss rüber, ehrlich gesagt, ne? Ja. Komm ich da... Warte mal, ich fange dich auf. Ich fange dich auf. Okay, gut. Danke. Oh, das ist immer so extrem knapp. Juhu. Konfetti. Ja. Dann kannst du mir jetzt drei Münzen geben als Dankeschön. Eigentlich habe ich die verdient, weil ich da im Lava-Dings rumgekrochen bin. Aber du hast die letzten zwei Male schon gewonnen. Ich werde sowieso nicht gewinnen, aber... Das ist ein tolles Argument. Aber du hast da schon mal gewonnen. So, drei, zwei, eins. Yay. Äh, oh, ich bin im Rennen erst mal gegen... Huch. Oh Gott. Oh je, welcher Spaß. Okay. Jetzt stehe ich auf beiden, dann äh... Oh. Achtung. Die kommen mir ganz schön flott wieder runter. Okay. Okay. Äh. Ich dachte, die kann ich klauen. Ah, okay. Dann komme ich da durch. Okay, gut. Ah, du kannst jetzt da unten lang. Ja. Da unten lang. Flupp. So, die drei da oben verdienen jetzt aber ich. Ja. Weil ich noch gar keine habe. Geht das auch so? Kommst du da so Spruch? Nein. Okay. Ja. Oh je. Oh je. Ich hasse sowas. Nein, da kann ich nicht rein. Warum? Da muss jemand ganz... Auf der anderen Seite sein. Ach, ich muss dich wieder überleben. Da muss jemand ganz, äh, rechts sein. Gib mir meine eine Münze. Du Dreck-Sau. Das geht nicht so rein, ne? Du bist so verdammt mutig. Du hast Eier aus Stahl. Ja, ne? Jetzt kannst du deine Münze rüberpusten lassen. Ah ja, stimmt. Balls of Steel. Gibt's da nicht irgendein Film? Okay, ich mach das jetzt auch. Keine Ahnung. Ja, aber man muss es ja machen, weil ansonsten kommt man ja nicht weiter. Okay, und jetzt? Geht's auf Zeit? Wie lange hat man Zeit? Ah! Huh. Oh, das ist sehr wenig Zeit. Au. Wie soll das denn? Soll ich dich rüberwerfen? Ich glaube, ich muss dich rüberwerfen, ein Teil. Ja, das... Das kann sein. Okay, ich weiß nicht, wie weit ich dich werfen muss, ne? Also eins, zwei... Warte mal. Au, okay, so weit. Gut, das war zu weit. Das hätte fast gepasst. Dann lass uns mal so... Achso, ja, nimm erst mal deine Münze. Oder lass, falls ich nochmal draufgehe. Okay. Warte, dann mach ich das mal so. Huh. Huiuiuiui. Das war sehr knapp. Ja, das war echt... Okay. Krass knapp, Mensch. So. Komm her. Juhu. Verdammt. Nochmal. Okay. Oh Gott, nein. Ich hasse Laser. Iiiiih, das ist schon so ekelerregend. Hör, warum geht das da so schnell auf einmal? Okay, dann muss ich gleichzeitig damit rüberspringen. Ja, okay. Äh, eins, zwei, drei. Das hat gut funktioniert. Ja. Oder musst du mich rüberwerfen? Könnte schon sein, ne? Warte mal. Weil das schon ziemlich weit ist. Oh Gott, das ist aber super schwer. Sorry. Okay, soll ich's mal versuchen, dich zu werfen oder willst du nochmal? Ja, du kannst es ruhig versuchen. Warte mal. Dann mach mal so. Ich steh mich mal hier so schnell hin. Nein, ich... Oh, du musst ein Stück weiter weggehen, damit ich... So? Nein! Ja. Warte. Oh Gott, wie hast du das denn geschafft? Das war's, Gil. Okay, jetzt muss ich dich auffangen, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Scheinbar. Okay, eins, zwei, drei. Scheiße. Nein! Oh Gott, sei Dank. Ich bin voll dumm in den Laser reingerannt, ey. Oh Gott. Oh, Mörchen, ey. Bitte töte uns nicht. Der fette Schwabbelbauch. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Ich bin immer zu früh. Oh Gott. Zweideutigkeit nicht beabsichtigt. Ah, warte mal. Mach du auch mal noch. Nein, ich glaube, wir müssen es gleichzeitig machen. Kann das sein? Nee. Doch, oder? Ja, doch. Einer muss früher loslassen. Okay, dann lass du mal ein bisschen früher los. Oh. Nein! Scheiße. Nein, Mörchen! Nein! Nein! Warum? Das war so gut. Shit. Oh, was denn? Warum denn? Oh. Scheiße, ey. Fuck. Boah, wie scheiße ist das denn bitte? Hä, wie haben wir das jetzt nochmal geschafft? Muss das Ding da ganz, ganz... Ach ja, stimmt. Das war's, genau. Bin heute so vergesslich. Also eigentlich immer, aber okay. Ja, eigentlich immer. Oh, meine Güte. Da war ja... Das hat jetzt komplett meinen tollen Wurf da zerstört. Äh. Oh. Okay. Hä? Kann hier nicht... Hallo? Achso, falscher Buchstabe. Ups. Alter Mörchen, du bist heute einfach komplett durch, glaube ich. Ja. Leider irgendwie schon. Drei, zwei, eins. Aber ich hatte auch bis Viertel vor sieben Uni. Also... Ach, das ist keine Ausrede. Hä, doch. Nein. Das lass ich nicht durchgehen. Ach, schade. Jetzt wollte ich dich plattdrücken lassen. Verdammt. Ja, danke. Wow. Ich bin froh, dich als Freundin zu haben. Ja. Ich auch. Voll komisch, dass die... Dass die... Äh. Ach, egal. Ja. Oh, nein. Soll ich... Äh, ja. Du gehst zuerst rüber, oder? Na klar. Ich hab doch hier die Eier aus Stahl. Nee, scheiße. Hm, das war dumm. Ach, Quatsch. Das war voll schlau. Das hätte ich genauso gemacht. Ja, ne? Fuck. Oh, Mann. Ich wollte doch noch die Münzen haben. Das hätte ich auch genauso gemacht. Du hast genug Münzen. Oh, stimmt. Ich hab ja... Aber du kriegst gleich noch mehr, also... Ja, vorausgesetzt du kommst irgendwann mal hier an. Ja, jetzt. Warte mal. Ich nehm dich mal schon mal hoch und dann... Okay, warte. Nein! Shit. In die Ritze geflogen. Okay. Mach ich, äh... Jetzt. Uiuiui. Da siehst du. Jetzt hast du... Ah! Das war doof. Schon viel mehr Münzen. Das wollte ich sagen. Ich mag viel mehr Münzen. Glaube ich dir. Ah. Juhu, dankeschön. Ah, der ist immer wieder hier. Welchen Spaß. Yay. Shit. Shit. Ach, komm. Ach, zur Hälfte funktioniert das. Warum hat das denn letztes Mal so gut funktioniert? Ach ja, das letzte Mal, das war halt einfach, weil ich... Das war Glück. Das war auch einfach noch Glück dazu, ne? So, hier, dann mein Superskill. Okay, und... Okay, gut, dann versuch bitte nicht zu sterben. Ja. So, ich lass los in drei, zwei, eins. Okay. Ne. Shit. Gehen die da irgendwie unterschied... Ach so, gehen die da unterschiedlich schnell? Wir können ja mal gleichzeitig loslassen. Ja, lass uns mal gleichzeitig. Okay. Eins? Ja. Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Warte mal, das obere geht schneller durch, kann das sein? Ne, das beschleunigt dann da hinten. Okay, und das linke nicht. Das beschleunigt... Das linke beschleunigt gar nicht. Ne. Das heißt, wir müssten... Warte mal, wenn ich meines... Deins zuerst los. Ja, ne? Dann... Dann... Okay, dann meinst du ein bisschen zuerst los. Okay. Genau. Okay, dann eins, zwei, drei. Oh, nein. Gibt's doch nicht. Ich bin nicht mal ein Millimeter... Oh, dieses Scheißspiel. Warum rennst du immer in die Laser? Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Scheiße, Kacke da. Mann. Ich hasse sowas. Oh, sorry. Ich will das Ding haben. So, langsam dürfte man ja hier Übungen haben. Scheiße, tut mir leid. Sag das lieber nicht. Oh Gott, oh Gott. Die Konzentration schwindet, habe ich so das Gefühl. Ja, total. Das ist ganz schlimm gerade. Okay. So, ich brauche ja gar nicht mehr X drücken. Oh Gott. Brainy. Ich will dich doch nur nehmen. Was? Ja. Drei, zwei, eins. Juhu. Und jetzt hier. Oh. Au. Das war jetzt nicht mit Absicht, sorry. Ja, so siehst du schon aus. Ein bisschen vielleicht, aber. Du machst mir hier voll die Minderwertigkeitskomplexe oder die Vertrauenskomplexe hier. Tja, da weiß man nie, wann man vertrauen kann, ne? Ja. Mach dich fett. Oh ja. Hm, stehst du drauf, wa? Nee, eigentlich nicht. War da, achso. Hast du da was gegen dicke Menschen? Ey, da ist noch einer. Ja, ich weiß. Nö, eigentlich nicht. Äh. Warte mal theoretisch. Achso, nein. Nee, das wird nicht gehen. Okay. Ho. Okay. Du schaffst es. Ja. Scheiße, was? Ich bin dazwischen gerutscht? Nein. Ich will meine Münzchen haben. Erstmal die Münzen einsammeln. Dann kann man weitersehen. Ja, wozu? Wir sterben doch eh gleich wieder, weil du in den Laser rennst. Ja, pscht. Okay. Wenigstens das haben wir schon drauf, ne? Das ist schon hier wie automatisiert. Das ist ja auch im Gegensatz zu dem anderen Rest echt easy. Im Gegensatz zu dem Scheiß hier. So. Meine Güte. Das ist ässend. Das war das erste Mal, war das so perfekt. Ja. Das war echt krass. Du hast die ganze Mut zerstört. Nein, warte. Falscher Knopf. So, Moment. Ich krieg das hin. Fuck. Ach, komm. Ist gut, wenn du die, während du die, die, die Plattform rüberziehst, kann ich noch meine Münzen auf, aufsammeln. Okay, meine ist zuerst, ne? Äh, ja. Okay. Achso, warte. Ich würde mal ganz kurz, ganz schnell ausprobieren, bis, wo ich eigentlich hingehen kann. Bis hier. Ja. Also bis kurz vor die erste Dings. Okay, und dann kann ich auch ohne zu sterben, okay. Oh. Wow, das war nicht mit Absicht. Eins, zwei, drei. Hä? Das war so gut und du feckst mich nicht. Ich hab X gedrückt. Manu. Okay, eins, zwei, drei. Ja. Oh mein Gott. Boah. Jetzt erst mal. Oh, wenn wir jetzt krepieren, dann deinstalliere ich das Spiel ab. Ich auch. Warte mal. Ich muss, glaube ich, hier rüber. Kann das sein? Ah, bestimmt. Oh Gott. Ähm. 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 Ähm, ja. Kann es sein, dass einer sich groß macht? Oder wirf mich mal hoch. Geht das während? Moment. Nee, da komm ich nicht hoch. Ja, probieren wir es nochmal. Nee. Warte mal. Kann es sein, dass, ähm, komm mal hier rüber mit? Wegen dem Laser, weißt du? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie zusammen. Ah ja, okay. Das heißt, ich muss mich groß machen. Du musst einfach rechts auf das Ding liegen stellen, oder? Ach so, ja, klar. Stimmt, ja. Hm. Oh. Nein, warum? Wir sind beide zu blöde. Okay, und jetzt schnell rüber, schnell rüber. Ah, warte, was? Wann? Warum? Weil ich jetzt gleich... Und jetzt? Ah, okay, ich muss dann mit rüber. Okay, ähm, du müsstest mich nochmal hochwerfen. Und dann, dann muss ich, wenn das ganz auf... Keine Ahnung, machst du. Okay, jetzt warte ich hier. Und du gehst schon mal rüber. Und jetzt werfe ich dich hoch. Und du gehst... Shit. Oh. Alter. Fuck it. Und dann werfe ich dich auf das Ding hoch. Und dann? Warte mal, ich glaube, ich muss doch auch erst noch... an den... Ich muss hier mal erst mal noch hier hin, oder? Ja, stimmt. Das hätten wir vielleicht mal tun sollen. Okay, jetzt. Und jetzt gehst du rüber. Und wenn das hier ist, dann komme ich jetzt zu dir. Nimm dich hoch. Und dann springst du da drauf. Oh Gott, das gibt's doch nicht. Verdammt. Müssen wir nochmal machen, ne? Weißt du, was ich meine? Dass du dann von dem Ding aus nach... Ich hasse dieses Level. Und ich hasse auch gerade dich so ein bisschen. Es tut mir leid. Okay, dann... Du musst ganz nach oben. Jetzt. Ah. Okay. Gott sei Dank. Oh Gott, die Tür. Ich liebe die Tür. Ja. Oh, ich möchte Liebe machen mit der Tür. Das war so richtig ätzend. Ja, wie hieß das? Höllisch heiß? Irgendwas mit Hitze und... Nein, danke. Boah. Boah, dann können wir hier schon fast wieder einen Cut machen, wa? Ja, Mensch, um drei Punkte hast du gewonnen, ne? Boah. Hast du aber auch verdient, muss ich sagen. Ja, also meine Würfe... Ich hab's definitiv nicht verdient. Also meine Würfe da, die waren schon ziemlich geil. Also vor allem da der erste, gleich beim ersten Versuch. Also das... Ich will mich ja nicht selber loben, aber... Eigentlich will ich's doch und deswegen tue ich das jetzt. Ja. Hast du verdient, muss ich sagen. Ja, das war cool. So, dann verabschieden wir uns hier, würde ich sagen, wa? Ja, tschüss. Macht es gut. Tschüssi. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.